Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Replay von World of Tanks in dem ich meinen 10er Panzer TN 110 E4 fahre. Diese Karte ist diesmal auf Klippe. Ja ich werde hier runterfahren auf G2 ist es. Und dort werde ich dann hier in den Bereich D1 D2 fahren. Snipern nicht gerade. Und ja dann sieht man mal was man so alles aufgespottet bzw. abgeschossen bekommt. Den Mod den ich drauf habe das ist der Katscha Pro Mod von Oldschool. Und den finde ich gar nicht mal so schlecht. Dort wird angezeigt die Winrate, Effizienz und wieviel Spieler ein Spieler hat. Und ja das andere Visier ist viel besser finde ich. Also ich bin mit dem komme ich mit dem eigentlich ganz gut klar. Also momentan sind hier gerade die zwei auf E6. Die zwei schnellen Mets von den Gegnern. Die versuchen hier wahrscheinlich auf den Leuchtturm hier hoch zu kommen. Aber das wurde gerade unterbunden von den zwei Heavis hier. Und ja hier hinten sind auch noch ein paar Heavis. Hier zwei TDs. Hier kommt gerade auch noch ein Mets dazu. Und hier den hier den 121er. Wenn wir uns beschäftigt mit der Badshot. Ja. Nun kann ich die freie Kamera wählen. Nun habe ich das Spiel pausiert. Ich kann es auch wieder mal weiter. weiterlaufen lassen. So. Die Stelle. Nun komme ich gerade an nichts ran. Das wechsle ich meine Position an eine bessere. Und versuche an die Panzer heranzukommen. Jagdpanzer E100 ist ziemlich schwer gerade zu treffen. Deswegen unterstütze ich jetzt erstmal unseren 121er. und versuche von dem Hügel dort aus direkt vor uns die TDs etwas besser unter Beschuss zu bekommen. So. Der Jagdpanzer E100 ist inzwischen draußen. So wie der Rheinland-Teil der hier stande. Hier auf D1 stand. Und jetzt nehme ich den E75 unter Beschuss. Welchen? Vielen Dank. So, inzwischen sind hier in dem Bereich hier alle Panzer auseinander genommen, hier hinten wird auch gleich noch eine Art hier aufgehen, aber ich kümmere mich lieber hier um die Panzer hier, in dem Bereich, und unterstütze unsere Heavys, Med und TD hier, dass die hier das Gefecht gewinnen. Vielen Dank. So, die Panzer hier sind gut, die alle raus. Die, die hier hinten rum gedrückt haben, leben jetzt alle noch. Und die Panzer von uns gehen zu dem Gegner, Captain, und werden dann den Sieg hoffentlich heimfahren. Ja, man sieht es hier oben, ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber hier Captain ist es relativ schnell durch, also wir sind jetzt schon bei 70, 73%. Und gewonnen. Ja. 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 Ja.